Die Gerüchte um Prinz Harrys England-Rückkehr verdichten sich immer mehr. Im Gegensatz zu Herzogin Meghan, die sich in Kalifornien pudelwohl fühlt, soll der Exilprinz nie richtig in seiner Wahlheimat angekommen sein. Er hat keinen Anschluss gefunden, fühlt sich einsam, auch der erhoffte Erfolg bleibt aus, heißt es. Nach Cates und Charles' Krebs-Diagnosen soll er immer intensiver darüber nachdenken, in seine Heimat zurückzukehren. Auch Royal-Autor Hugo Vickers betont gegenüber The Sun, ich denke, dass er nach Hause kommen wird. Er glaubt allerdings nicht, dass Meghan ihn begleiten wird. Die 42-Jährige sei auch der Grund, so Vickers, warum Harry noch nicht zurück nach England gezogen ist. Ich persönlich denke, er hat große Angst davor, Meghan zu verlieren. Und um ehrlich zu sein, scheint er vor ihr auch etwas Angst zu haben. Die Ehe zwischen Harry und Meghan soll schon länger in der Krise stecken. Die unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen stellen das Paar nun vor noch größere Probleme. Denn dass Meghan Harry nicht zurück in seine Heimat begleiten möchte, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass sie mit Charles und Co. komplett zerstritten ist. Auch bei Harrys jüngsten England-Besuchen war sie nicht dabei. Die Umzugspläne des 42-Jährigen sollen immer konkretere Züge annehmen. Angeblich ist er bereits intensiv auf Wohnungssuche. Harry ist entschlossen, sein eigenes dauerhaftes Zuhause im Vereinigten Königreich zu finden, so Tom Quinn gegenüber Mirror. Außerdem erklärt er, je mehr Zeit verstreicht, desto mehr vermisst Harry einige Aspekte seines alten Lebens in Großbritannien. Die Flitterwochen, in denen in den USA alles neu und aufregend ist, gehen unweigerlich zu Ende und Harry blickt durch eine rosarote Brille auf die Vergangenheit zurück. Harry steht eine schwere Entscheidung bevor. Entweder er bleibt in Montecito, unglücklich, aber dafür bei Meghan und den Kindern oder er kehrt nach England zurück und verliert womöglich seine kleine Familie. Eine dritte Option gäbe es noch. Eine Zweitwohnung, die Harry und seine Familie als Rückzugsort während der England-Besuche nutzen könnten. Doch auch hier soll Meghan Probleme machen. Tom Quinn verrät, Meghan wird niemals nach Großbritannien zurückkehren und bei den Verwandten ihres Mannes bleiben. Meghan hat gesagt, dass sie nur dann bereit ist, nach England zurückzukehren, wenn sie und Harry eine eigene Wohnung haben und Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die beide als essentiell empfinden. Puh, bleibt zu hoffen, dass Harry und Meghan einen Kompromiss finden. Ansonsten sieht es so langsam wirklich düster für ihre ohnehin schon stark angeknacksten Ehe aus.